Wir leben in dynamischen Zeiten, wo sich immer auch große Herausforderungen noch schnell zuspitzen und verschärfen können. Seit einiger Zeit informiere ich über die angespannte Situation bei der Unterbringung von der drohenden Platznot. Wir haben da als Land Berlin jede Menge Maßnahmen in die Wege geleitet, um dem entgegenzuwirken, um mehr Unterkunftsplätze zu akquirieren. Nun ist in den letzten Tagen eine Verschärfung eingetreten, die für uns zu einem wirklichen Problem wird. Ich habe gestern die Mitteilung bekommen, dass die meisten Bundesländer bereits aus dem EASY-Verfahren rausgegangen sind, also EASY für ihr Land gesperrt haben und es stand der Antrag im Raum, dass auch alle übrigen Bundesländer sich dort abmelden. EASY bedeutet das Erstaufnahmesystem für Asylanträge und über dieses System wird geregelt, dass alle Bundesländer sich solidarisch beteiligen an der Aufnahme von Asylantragstellenden und das nach dem Königsteiner Schlüssel, wo die einzelnen Bundesländer entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit geflüchtete Asylsuchende aufnehmen. Das Land Berlin ist dafür knapp über fünf Prozent zuständig. Wenn jetzt auch die letzten Bundesländer EASY sperren würden und sich damit aus dem Verteilsystem herausziehen, würde das bedeuten, dass das Land Berlin noch deutlich mehr Menschen unterbringen muss, weil die Menschen kommen ja trotzdem. Und deswegen nochmal in aller Deutlichkeit, das klingt vielleicht ein bisschen technisch, aber der Austritt der meisten Bundesländer und der Antrag auch noch der letzten Bundesländer EASY zu sperren, bedeutet ein faktischen Zuweisungsstopp, quasi ein Heraustreten aus dem Solidarprinzip der gemeinsamen Verteilung und Unterbringung von Geflüchteten. Die Menschen kommen trotzdem. Wir als Land Berlin haben vorausschauend gehandelt und für schwierige Situationen einen Notfallplan erarbeitet. Der sieht vor, dass die erste Stufe greift, wenn mehr als 85 Prozent der Plätze in Gemeinschafts- und Aufnahmeeinrichtungen belegt sind. Und die zweite Stufe greift dann, wenn der letzte Puffer, auch im Ukraine-Ankunftszentrum in Tegel, dann auf unter 700 Plätze gegangen ist und ein Zugang von neuen Unterkunftsplätzen nicht absehbar ist zeitnah. Ich habe entschieden, dass wir heute die erste Stufe des Notfallplans aktivieren müssen. Wir haben eine Situation, die äußerst besorgniserregend ist. Das bedeutet, die erste Maßnahme, die greift, ist, dass das sogenannte Laborzelt des Deutschen Rotes Kreuzes, was jetzt in Tegel stellt, aktiviert wird. Da braucht es eine Vorlaufzeit von rund einem Tag, damit das dort alles zum Einsatz kommen kann. Dann werden wir weiterschauen und es steht auch zu befürchten, dass wir die nächste Stufe dann aktivieren müssen und die nächste Stufe besagt, dass wir die Gefahrenlage feststellen. Und dann müssen sozusagen die Akquise bezugsfertiger Unterkünfte schneller gehen, zum Beispiel von Objekten, wo es noch offene Vertragsfragen gibt, die Anmietung von Hostels geprüft werden. Ich will ganz klar sagen, dass wir mit der Aktivierung dieses Notfallplans und der möglicherweise bevorstehenden Feststellung der Gefahrenlage als Land Berlin der gesamten Bundesrepublik Zeit kaufen. Aber das ist natürlich eine Zeit, die nur für einige Tage wirkt, nicht für Wochen. Weil es geht nicht nur zu Lasten des Landes Berlins und aller Beteiligten, sondern es hat natürlich auch in der Regel eine schlechtere Unterbringungssituation für die Geflüchteten zufolge, die wir wirklich nicht sozusagen auf Dauer stellen wollen. Und deswegen braucht es ganz klar, neben jetzt diesen akuten Nothilfe-Planmaßnahmen, eine politische Lösung. Und die politische Lösung beginnt damit, dass sich wieder alle Bundesländer beteiligen am Easy-System, am Solidarprinzip. Also deswegen meine ausdrückliche Bitte, an alle Bundesländer zurückzukehren zum Solidarprinzip und sich an der Erstaufnahme von Asylantragsstellenden wieder zu beteiligen. Das geht weiter, dass wir sagen, es braucht ganz klar ein transparentes Verfahren. Wir wissen, dass mehrere Bundesländer kritisieren, dass es keine Verrechnung der Systeme gibt, die Ukraine-Kriegsgeflüchtete bundesweit verteilt und des Easy-Systems, was die klassischen Asylsuchenden bundesweit die Zuteilung regelt. Hier wäre es natürlich im Sinne von Transparenz, im durchaus angemessenen Free und Easy, die beiden Systeme gegenseitig zu verrechnen. Klingt ein bisschen technisch, aber dahinter steht einfach mehr Transparenz zu schaffen zwischen den anderen Bundesländern. Und meine dritte Forderung in diesem Bereich ist ganz klar, wir haben jetzt eine Situation, dass die Asylanträge von Menschen aus einzelnen Herkunftsländern nur in einzelnen Bundesländern angenommen werden und ich glaube, es wäre einfach zweckdienlicher und alles leichter zu bearbeiten, wenn man sagt, Asylanträge, egal aus welchem Herkunftsland, werden einfach in allen Bundesländern angenommen. Also nochmal zusammengefasst, wir brauchen ein transparenteres Verfahren und die bitte an alle Bundesländer wieder zum Easy-Verfahren und damit zum Solidarprinzip zurückzukehren.